Warum hat er deinen Zauberstab? Das braucht dich überhaupt nicht zu kümmern! Was ist das? Du hast es zerstört. Und warum hast du rein zufällig das Schwert von Gryffindor? Ist ne lange Geschichte. Glaub nicht, dass das irgendwas ändert. Nein, natürlich nicht. Ich hab nur grad nen verdammten Horcrux zerstört. Warum sollte das was ändern? Hör zu. Ich war kaum weg, da wollte ich schon wieder umkehren. Ich wusste nur nicht, wie ich euch finden soll. Wie hast du uns eigentlich gefunden? Hiermit. Er macht nicht nur Lichter an und aus. Ich weiß nicht, wie er funktioniert. Aber am Weihnachtsmorgen hab ich in so nem kleinen Pub geschlafen. Und mich vor ein paar Greifern versteckt. Da hörte ich sie. Sie? Eine Stimme. Deine Stimme, Hermine. Sie kam da raus. Ach, und was genau hab ich zu dir gesagt? Mein Name. Nur mein Name. Es war wie ein Flüstern. Ich hab ihn gegriffen. Ja. Stimme. Untertitelung des ZDF, 2020